So Leute, es geht schon weiter mit Let's Plays, the House of the Public Commando. Ich bin das, euer Demzimmerfix. Im letzten Part waren wir auf Kashyyyk und haben hier uns mit Tervo getroffen, dem Anführer der Wookies. Und wir sollen ihn gerade hier zu der anderen Brückenseite, die wir im letzten Part zerstört haben, die Brücke von Karejon oder so, wieder eskortieren. Und ja, das versuchen wir gerade. Ist natürlich nicht so leicht, da überall Kopfgeldjäger und Druiden und Super Druiden und alles Mögliche ist. Apropos Druiden. Weg da. So. Die Druiden war kein Problem. Aber Leute, ich kann euch mal sagen, ohne dass ich jetzt sogar hier rausschaue, da ist ein großes Problem. So. Die erstmal alle weggenommen. So, der war schön. So, einer kann gleich mal da hingehen. Warum hat 6-2 schon wieder so viel Leben verloren? Ey, da habe ich jetzt extra meine ganze gute Munition alle weggeschossen, damit ich die jetzt schnell besiegen konnte. Was kommt? Da kommt einfach nochmal so ein kleiner, super dicker Kampfleben. Egal. So, sehr schön. 6-2 hat aber ein bisschen sehr viel Leben verloren. Das war sehr unnötig von dir, mein Freund. Wo? Mal von hinten, egal. Komm, weiter. Ja, das Kapitel heißt nämlich gerade hier Munitionsspann und die Separatisten. Das Problem ist gerade, die Separatisten... Oh, fixe, lauf da bitte weg. Dankeschön. Die Separatisten haben gerade hier nämlich die Munitionskisten an sich gerissen. Wozuher? Komm, die mal her. So, kurz mal. So. Der ist erstmal down. So, kurz den mal wieder belegen. Mach ich schon, keine Sorge, 7. So. Dann erstmal schleunigst dahin. So, ganze Muni einsacken. So, hacken. Da kann sich noch einer hinstellen und ich stelle mich hier ins Geschütz. So. Guter Plan, sehr guter Plan. Und Terrell versteckt sich natürlich. Hallo, es ist ein Monster-Wooking. Du willst mir echt sagen, dass der sich versteckt. Und der Soldat läuft da vorbei. Warum auch nicht? Ich meine halt, der Wooking ist ja keine Gefahr, gell? Wir senden jemand? Ne, okay, gut. So, ähm. Was machen wir jetzt mit denen? Entschärfen sie den Munitionskisten. Haben wir doch gerade gemacht. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ja, hallo. Ich habe das gerade doch entschärft. Ha, 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 ha. Ich bin verwehrt. Mach mal deine Ladung dran. Ist nie schlecht. Ich stelle mal auf der anderen Seite jetzt noch so eins. Und das müssen wir auch. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, keine Ahnung, Sorge, ich laufe schon wieder weg. So, entschärfen sie die Sprengsätze? Sind die Sprengstelle jetzt nicht entschärft? So, machen wir jetzt mal einfach alle Sprengsätze hier kaputt. Vielleicht kann man das sagen, aber ich verstehe es gerade nicht. Oder praktisch wir einfach nur rum, das kann natürlich auch sein. Oh, Medikstation. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, ah! Der Meister bei der Arbeit. Ja, ja, gib an. Mir gibt doch alle so gerne an, so. So, ähm, da muss ich da eine hinstellen. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Und den haben wir jetzt mal kurz weg. So. Eins. Sehr schön. Ist dann noch eins? Schauen wir mal kurz. Die Sprengschlösser sind deaktiviert. Gehen Sie zur nächsten Lade. Mehrere Pfeife nähern sich. Verteidigen Sie die Munition. Verdammt. Verdammt, verdammt. Oh, und natürlich wieder Superkampf drehen. Natürlich, natürlich, natürlich. Oh. Das Problem ist einfach an den Superkampf drehen, dass wenn, dass wenn die halt da sind, dass, ähm, okay, ich würde, äh, dass die halt mit ihren schweren Schüssen uns, trotz unseres MGs hier, sehr viel Schaden machen können. Oh. Sehr geil. Ich fixe, komm, das kriegst du hin. Ich hole es hier einfach drauf. So, warte, warte. Verdammt. Ich wollte jetzt eigentlich den nicht töten und dafür... Ah, egal. So, komm, komm. Ah, ich hoffe, ich treffe jetzt nicht Fixer mit meinen Schüssen. Genau das habe ich gemeint. So, komm, Fixer. Acht Sekunden, sieben, sechs. Scheiße, und der ist hinter ihm gespawnt. Sehr ärgerlich. Komm, Fixer. Hast du's? Hast du's? Sag doch was! Ah, das sagt halt nichts. So. Ey, das hast du einfach grandios gemacht, Fixer. Muss man echt mal sagen. Ohne einen Schaden zu bekommen. Ohne nur einen Schadenspunkt zu bekommen. Ich bin echt beeindruckt hier. Naja, aber wir sind trotzdem der Commander. Nicht ohne Grund, weil wir der Beste sind. Wir sind der Beste, der Coolste, der Schönste, der Allerallerbeste. Kurz gesagt, so. Ähm, gut. Wir haben auch wieder schwere Munition, das finde ich auch sehr schön. Ich würde dir mal wünschen, dass vor solchen Einsätzen wir immer ein bisschen Zeit bekommen würden, immer alles vorzubereiten. Also, dass wir zum Beispiel immer Sprengladungen setzen können. Dazu haben wir leider nie Zeit. Ähm, wo ist euch der vor? Keine Ahnung. Okay, ich hoffe einfach mal, keiner kommt jetzt viel von hinten. Bitte, 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 bitte nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. So, gut. Oh, Druiden, nervt mich doch nicht. Ich werde, es ist ein super Kampfdroide. Ich werde, das ist ein super Kampfdroide. Uh, Glück habt. So, begeben Sie sich auf der Lade. Da wir B, scharfe Munition. So, das hört sich doch schon mal einiges besser an. So, ähm. Sieht genauso aus wie das gleiche Area. Wirklich eins zu eins wie das Areal, wo wir gerade eben waren. Sehr schlecht. So. Was schießt das nicht? So, der. Oh. Immer, weil sie sich von hinten anschleichen müssen. Diese kleine Camper. Diese kleinen Camper. So. Ja, danke, 07. Aber bitte hoff zu stöhnen. Komm, da ist eine Bagda-Station. Heil dich. So, jetzt habe ich schon wieder kritische gesungen. Da gibt es sie nicht. So. Ich habe gedacht, da kommen jetzt halt nur wieder Drüben. Da hätte man ein bisschen offensiver angehen können. So, aber da war jetzt wieder die Kopfgeldjäger. Die Trondoshana kommen. Da müssen wir ein bisschen schlau agieren. Sehr schön gemacht. Stimmt. So. Pass, 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 pass. Kurz noch die Ladung machen und dann wieder alle sammeln. So. Formation. So. Das heißt, wenn jetzt hier jemand von hinten kommt, der kriegt jetzt erstmal hier eine wunderschöne Sprengladung ein. Okay. Sprengsätze, bevor hier alles in die Luft fliegt. Wookies. Hey, Wookies. Helfen wir uns? Präzisionsschuss vorbereiten, Delta. Geh in Position. Ist das doch alles so blöd, Wookies. Sie haben in den Träger gelandet. Sie wollen sie mit den Geschützen aufhalten. Bombardieren Sie sie von dort, Delta. Hat es Bum gemacht, Sir? Gleich macht es Bum. Ah. Dankeschön. Delta Team, machen wir es von hier aus. So. Alles muss man haben, hat man wieder selbst mal. Komm, lass. Ist gestützt, komm. Achso, der Wookies. Achso, der Terfur steht da. Auch gut. So, okay. Erstmal müssen wir jetzt hier alle Geschütze, wie es aussieht, äh, erstmal, ähm, äh, nicht die Sprengladung, äh, müssen wir erstmal die Sprengladung alle schärfen. Was mich gerade aufregt, dass der Terfur an das MG steht, weil der wird jetzt einfach auf jeden Gegner schießen, der sich bewegt. Was ich aber bräuchte, sind ein, dass alle direkt darauf schießen. Bombardieren Sie sie von dort, Delta. So, einer muss sich da hinstellen. Jetzt laufe ich kurz mal dahin. So, einer muss mir Rückendeckung geben. Wir brechen auf. So. Bringen wir hier eine Falle an. Deponiere Sprengsatz. Ah. Super. Verstanden. Breche ab. Komm, 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 komm. Drei, zwei, eins. Geschafft. Umgebungsmine platziert. So, sehr schön. Räumen wir hier ein bisschen umdreht. Jetzt muss da erstmal jemand hier... Erstmal. So. Sehr gut. Hallo. Druide. Ich bin hier. Schau mich an. Was? Willst du mich? Ja, das weiß ich auch. Genosianische. Drecksviecher. Unfair. Unfair. Einfach hoch 20. Unfair. Einfach hoch 20. Nein. Nicht nur, dass da super Kampfduiden sind, die schon eh hart genug sind. Nein. Jetzt sind noch wieder genosianische Eliteeinheiten, die ich seit unserer ersten Begegnung einfach so irgendwie es verabscheue. Tötet das Viech. Lad doch nicht nach. So. Jetzt wird es im Alltot, da sehe ich. So. Dann haben wir mal etwas. Ey. Genosianische Eliteeinheiten. Ich glaube, es hakt. Ich glaube, es hakt. Ey. Ich kriege es nicht hin. Sorry. Sorry. Ich reg mich gerade ein bisschen zu sehr auf. Aber ich verstehe es nicht. Ich habe alle erledigt. Auf einmal sterbe ich. So. Wo ist dieser genosianische Spacken? Schau, da ist keiner. Der spawnt einfach mal. Ja. Wie? Ich reg mich so auf. Genosianische Eliteeinheiten. Das macht keinen Sinn. Das macht im ganzen Star Wars Universum sowas von keinen Sinn. So. Komm, du Drecksvieh. Ich verstehe es nicht. Ich schieße mit meinem... Ey, wenn du noch einmal was sagst, glaube ich, ich erwürge dich. Ich verstehe es aber wirklich nicht. Gute Arbeit. Die Verladerape ist gesichert und wir konnten einen Teil der Munition retten. Bringen Sie Tafel jetzt zu seinen Leuten. Mit einem Granatwerfer habe ich den gerade getroffen und der hat es einfach mal überlegt, der Spacken. So. Und wieder mal alleine musste der MC Moffix seine blöden Kameraden retten. So. Fünf Sekunden noch. Einer soll mal Squatty wieder beleben. Und ich tue dann, weil du mal die Ladung hier fertig machen. So. Drei. Zwei. Eins. Schön gemacht. Sorry. Hahaha. Wie ich da einfach meinen Teamkollegen töte. Ist mir egal. Terfoy klaut meinen G. Alle meine Teamkollegen sind down. Und seinen schweren Schuss macht er natürlich auf mich. Und ich habe keine Munition mehr. Tut mir leid. Das helfen könnte mal ein bisschen schwer werden, da ich nur noch, da das meine einzige Munition gerade weiß. So. Mit dem Hängen und Mühen haben wir diese sehr, sehr unfaire Stelle geschafft. Sieben. Liegst du immer noch tot am Boden? Ach, was bist du denn für eine Pussy? Eine Pussy. Warnwitz. Sieben. Du bist ja eigentlich ganz cool. Das liegt an diesem Kapitel gerade. Okay, gut. Also ich habe ja vor einigen Parts gesagt, dass das Spiel bald vorbei ist. Ich habe mich irgendwie geirrt, weil irgendwie dauert das ja noch ewig. Naja, schauen wir mal, was noch so auf uns zukommt. So, jetzt steht das natürlich frei. Jetzt steht das... Ne, steht immer noch nicht frei. Ja, schau mich nicht so an mit deinen Geschützten. Wenn du mich abballerst, dann, dann, dann... Wenn der mich irgendwie abballert und ich das für ihn sterbe, dann kann er, dann wird er, dann kann er sich freuen, dass nur, ey, troggenosianische Spacken und was auch immer ihn angreifen. Ich sage dir, dann kommt nur was viel Schlimmeres auf ihn zu, nämlich mein Zorn. Und mein Zorn, den willst du echt nicht haben. Ach. So, Leute. Ich würde sagen, wir sprengen das jetzt und jetzt sehen wir irgendeinen Schatten von irgendjemandem, der wahrscheinlich gerade in mir drin steht. Ja, sehr eklig. Ich weiß. Und wenn wir jetzt mit einem kleinen Boom verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei. Star Wars, die Public Commander. Bis zum nächsten Mal. Euer Dems, Muffix und BOOM!